Musik Hallo und herzlich willkommen zurück, wenn ihr wisst, sind wir da stehen geblieben, wo wir halt, ähm, ja, gestorben sind. Und weiter geht's. Wir sind da stehen geblieben, wo wir gestorben sind. Und Fritz ist jetzt dran. Hä, wo... Achso, nee. Okay, gut, mich hat das gerade verwundert, wo wir sind, weil du standst gerade im ganz anderen Raum. Moritz. Woah, wie viel sind denn das? Wie wär's mal mit ner Granate, Fritz? Hu, 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 ah. Nein, nicht diese Scheißpistatur, die hat uns so oft das Leben schon gekostet. Lauf zurück. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hast du zwei Googelt? Wieso hat keiner von den MP-40 Munition dabei? Warum haben die überhaupt Munition für deine Waffen dabei? Call of Duty! Fritz ist ein potenzieller Amokläufer. So wieso? Er hat das leerer Zimmer ausgeschaltet. Ich muss doch Munition sein. Aber jetzt nehmen die Sniper. Snipern ist was für Pussis. Nee, andersrum. Wie heißt denn das Spiel? Sniper-Lite oder Pussy-Lite? Wo ist denn das Schwein? Warum? Kreise, 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 Kreise. Woa. Wie geil. Wo muss ich überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. Doch, da vorne ist doch so ein Punkt. Da muss er hin. Vorsicht, seid vorsichtig. Ist das da wieder Zehntausende Millionen von Gegnern aus den Bäumen gesprungen kommen? Warum ist dieser Raum hier? Vielleicht um Gegnern so eine spawnen zu lassen. Guck mal, die müssen da irgendwo rauslaufen, weißt du? Ja, hier, das ist die halbe Armee. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Kugel einschlägt. Guck mal, auch da oben. Die Kugel verzieht wirklich nicht so weit nach unten. Du kannst dem jetzt genau auf den Kopf zielen und eigentlich... Ja, naja, du hast dem jetzt auf den Brust gezielt, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ja. Ich ziehle immer ein bisschen zu hoch. Uah. Wie viel Leben da jetzt eigentlich immer noch? Ich weiß es nicht. Was? Was macht der da, Alter? Entspannen. So. Jetzt bist du wieder in irgendeinem Haus drin. Pass auf, nicht, dass da wieder zwei, drei Gegner um der Ecke stehen. Ja, genau. Jetzt hätte ich aber auch die Waffe genommen. Hier brennt alles. Oh, keine Sorge. Feuerwehr ist unterwegs. Tü, 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 tü. Feuerwehr. Oh. Shit. Filmsequenz. Trittst du nicht kaputt? Es ist mir zwar neu, dass die V2 jemals in Berlin gestartet wurde. Aber das sah gerade eben cool aus. Ja. Das sah gerade cool aus. Falsche Waffe. Wo war denn der? Ich, ich, ich habe das so schnell nicht gesehen. Das war gerade echt schnell. Was machst du mit der Waffe? Hast du gerade deine Hand gesehen? Der hat übrigens gezittert so. Was war das? Ich habe gar keinen Kopf. Die Leute mit der Glatze, den Kopf sieht man aber nie. Rassist. Ach so, ich dachte gerade, ich habe Gold gefunden. Du hast jetzt wieder richtig viel Munition für deinen Sniper. Gewehr. Wir sind wieder runter, oder? Warte. Geh mal zurück, geh mal zurück. Geh mal zurück. Nein, da in den Raum nochmal. Danach. Ich glaube, ich hatte Gold gesehen. Geh, geh zurück, Mann. Der töte dich. Warte. Guck mal da. Da. Ha. Ich habe es übersehen. Ich habe extra nochmal hingeguckt. Ja, ich habe es dann für ein Buch gehabt. Ich habe es wirklich nur ganz kurz blinken gesehen. Ich ziehe es nicht. Ja. Warte auf den richtigen Moment. Was ist das? Der ist so weit weg. Hä? Das fliegt immer so knapp hin. Hä? Das sah gerade so aus, als ob die Kugel immer genau hinter ihm eingeschlagen ist. Ja. Zieh einfach mal genau auf seinen Kopf. Der müsste es... Okay. Oh. Hä? Du hast dir noch voll auf den Kopf gezielt eigentlich. Also jetzt noch über den Kopf. Komisch. Shit. Da kommst du nicht lang. Oh. Ist es unmöglich. Du bist nur hier schon wieder gelandet. Ich weiß es nicht. Mein Talent wird so eine Kugel. Komischen Orte. Oh. Hey. Du hast Gold gefunden. Ich habe gerade voll geträumt. Und auf einmal. Boom. Gold. Sind drei. Das sind drei. Ich muss gucken, wenn ich mich jetzt zuerst hole. Ich glaube, den da. Nein. Ich will nicht, dass wir Fenster krabbeln. Glatze. Oh. Der war da oben drauf. Auf dem Zeppelin? Nein. Auf dem Kran oder was das war. Ich glaube, es sah aus, ob der Schuss daherkommen würde. Mal sehen, wo du jetzt einen Speicherpunkt hattest. Ja. Okay. Was? Das ist ja nicht so viel. Da müssen wir das Gold noch finden. Nein. Das Gold bleibt. Okay. Ich muss jetzt den da auf dem... ...dach da heulen. Ich ne. Ist denn der aufgestanden, ey? Glatzkopf. Geil. Jetzt bin ich noch eins hochgegangen. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich jetzt hier, ähm... Ne. Ich sehe jetzt hier irgendwie jetzt keine Feinde mit einmal. Sieht aus, als ob es so viel drin ist. Und ich kriege bloß 16 Munition. Hä? Du hast gerade... Jetzt hast du 107 Kugeln. Ja, aber... Ja, aber... Ähm... Ich habe bloß 16 Kugeln aus dem Ding bekommen. Wow. Wow. Stand doch da drüber. Wenn man hier hingeht. Ach so. Volle... Okay. Mehr passt hier wohl nicht rein. Mhm. Ey, wie stark ist denn der? Der da hinten. Der hat mich auch umgebracht. Oh. Es sind drei Stück. Oh. Danke, Tisch. Oh. Wo war... Oh nein. Die drei sind richtig, richtig mies. Also einer ist da. Die sind sogar gut. Drüben, wo der Glatzkopf hat. In die Richtung. Ah, da oben ist einer. Der hat mich vorhin umgelegt. Alter. Das sind wirklich starke Sniper. Die machen auch voll viel Schaden. Oh, das Geräusch war eben eklig. Das hörst du ja nicht so. Ich habe so Schiss, ey. Zwei Sniperkugeln und tot ist man ja hier. Da oben. Alter, da oben ist einer draußen. Oh mein Gott, ist der gut. Hast du den Schaden gesehen? Ja, ich habe doch gesagt, da oben ist einer. Der Scharf, komm. So was bildet mir doch nicht ein. Einen bilden. Das macht mich der schlechteste Kill, wo die Kugel geflogen ist, wenn wir hier hatten. Ich habe die Vermögen, glaube ich, mit den Oberschenkel geschossen. Oberschenkel. Ey, es ist immer noch zwei da, ja? Die sind nicht so stark. Oh, easy. Easy. Was ist hier los? Pats. Und der andere war? Warte, wir gehen einmal hier vorne, lass uns einmal anschießen. Überleg mal, wir wollen das auf schwer spielen. Alter, ey. Jeder will dich One-Hit kriegen. Wollte ich auch gerade sagen, dann ist man nur mit einem Schuss weg. Ich glaube, das war es dann, oder? Hm. Laufen wir jetzt einfach mal hier den Weg entlang. Hey, Moment mal, bist du nicht eigentlich schon vorhin lang gelaufen? Und keiner hat auf dich geschossen? Naja, doch. Also, nur ich war da ein bisschen eingekesselt von den allen. Wird das nicht scharf? Weil du weiter reinzoomen musst. Ja! Endlich! Wärst du da hinten jetzt runtergefallen, hätte ich dich so oft... Oh, da ist eine Ritze! Oh, ich habe gedacht, da ist so eine Wand. Was? Du hast das gerade mit dem schlechtesten Kill nochmal getoppt. Geil! Ich habe auch mal einen Titel. Ey, komm! Hab das mal langsam! Wir hätten nicht, ich schieße ihm jetzt ein einziges Haar ab und er ist wieder tot. Nee, die kommt ziemlich präzise. Oh. Ein bisschen mehr als ein Haar. Er hat eine Glatze! Da war aber noch einer. Ich merke es gerade. Wir laufen jetzt aber einfach da rein. Wow! Oh! Filmsequenz! Alter! Jetzt hast du wieder so ein schönes Speicherpunkt gesetzt, wo es uns gleich umbringen. Ach, geil! Na, wir müssen auch noch ein bisschen. Jo, also die Hälfte der Folge ist jetzt ungefähr rum. Mhm. Und weiter geht's. Warte, Fritz. Du bist wieder ran. Ich machte mich sofort auf den Weg und betete, dass ich noch Zeit hatte. Okay. Ich musste meine Position für die Zerstörung der Rakete einnehmen. Das war schon schwer genug. Ich glaube, diese Mission hatte ich mal in, äh, in einem Video von German LPK gesehen, als er das Spiel vorgestellt hat, als es rauskam. Achso. Ich glaube, das war die... Nee, das ist sie nicht. Geiler Sporn. Fritz, wir hätten jetzt erstmal gucken müssen, wie viele Gegner da sind. Oh ja, das ist so eine typische letzte Endgegnerstimmung. Also nicht das Klo da. Aber jetzt so alles verdunkelt, so Blitze und Gewitter und so. Ich glaube, wir lernen, das ist jetzt wirklich schon dem Ende. Bist ja auch am... Noch einer. Schönen Dank, jetzt darf ich wieder. Ah ja, 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 ja. Nee, wir hatten ja keinen Kontrollpunkt. Nee, ich weiß ja jetzt, wo die ganzen Leute sind. Kannst du ja auch auf den Donner warten. Ach ja. Nee, nee, der macht keine Geräusche. Doch, der kommt. Es ist bloß der Blitz, dann kommt der Donner. Oh. Du musst nicht auf den Blitzen, dann kommt der Donner warten. Quickscope, Ben! Das ist Amerikaner? Wir sind, glaube ich, noch in Berlin oder so. Die sehen aus wie Amerikaner oder Briten. Kann man schön drüber gucken. Hm. Das ist ein Rambo. Oh, dieser Rambo. Oh. Was? Da ist noch was. Oh, nö. Geht doch da mit dich durch. Ich frag mich, wie ich hier eigentlich hingekommen bin, ja? Wie bin ich hier hingekommen? Ein Helikopter abgesetzt. Ach, fick dich doch. Oh, easy mode. Das sind Russen. Was machen die alle hier? Du wirst angeschossen von irgendwo anders. Nee, das war wirklich bloß von da vorne. Die drücken jetzt voll viel Schaden. Ach, da, das war zwei Schuss. Oh je, ich bleib einfach hier hinten. Wir hätten vielleicht noch ein paar Stolpermen hinsetzen können. Aber wo kam der denn her? Alter, wie viel Schaden. Ach, nö. Was haben wir noch so? Ausrüstung. Am besten, du setzt jetzt gleich mal weiter vorne in der Stolpermine hin. Du wartest jetzt auf den Donner und dann tötest du ihn. Das killt nicht, oder? Warte. Jetzt. Ich bin im Schall gedämpft. Den darfst du eh nicht. Hast recht. Jetzt. Ich dachte, der geht ein bisschen schneller und kickst dich mal aus. Oh, nein. Bist du gleich mal tot, ey. Wieder so eine 10-mal-Sterben-Mission. Oh, nö. Ach, du Kacke. Diese Pistole ist scheiße. Ich schwör auf dieses Teil. Oh. Das ist nämlich so. Die ist erst gut, wenn man zum Ende des Spiels ist, weißt du. Damit ich alle denke, ich mache das scheiße an deinen. Oh, Mann. Ich hab auch keinen Plan, wie wir es machen sollen. Warte, ich war... Ich... Komm, scheiß drauf. Ballet den jetzt einfach über den Haufen. Nehmen ganz schnell... Stört man mich, ne? Du hast dynamitiert. Ah! Echt? Ah! Hab ich dich jetzt gesetzt? Ja. Ne, ich glaube, ich hab aus Versehen was Falsches gedrückt. Ich hab sie nicht mal gesetzt. Geil. Ach, Mann. Weil mich bescheiden durch da angeschossen wird. Ja. Mann, was ist denn das? Einmal verfehlt und du bist tot. Mann, ey. So eine Scheiße. Die Mission ist unfair. Willst du mal probieren, die ganze Zeit auf den Donner zu machen? Hm. Jetzt. Das ist auch nicht ins Feuer setzen. Das macht aua weh. Ich muss gucken, wo der Scheinwerfer lang geht. Oh. Knapp. Fuck. Ich bin nicht so. Jetzt werden wir doch noch zum Taktiker, oder was? Ja. Mit roher Waffengewalt kommen wir hier nicht durch. Wo kommt der Scheinwerfer überhaupt her? Ja. Fakt ist, da liegt Gold. Geil. Der hat mich eigentlich voll eingeläuchtet, so ein bisschen. Der Scheinwerfer macht nichts. Wir landen da raus. Der Scheinwerfer ist vollkommen egal und kann ignoriert werden. Da oben ist er. Oh, das ist voll spannend. Kannst du den Scheinwerfer ausschießen? Oh, das ist in dem... Ne. Ich dachte, ich könnte unter das MG laufen, dass er mich nicht treffen kann. Also so krass stark hängen geblieben sind wir bis jetzt noch nicht. Außer einmal beim Spawn, aber das ging ja dann. Oh, rohe Waffengewalt. Ne. Ich weiß nicht. Du kannst es probieren, immer mal auf den Donner. Also einfach so durchballern schaffen wir es nicht. Dafür machen die alle zu viel Schaden. Okay. Der Typ sah irgendwie voll schwul aus. Ich muss ja bloß einen übersehen und schon ist es aus. Oh, komm. Wo sind die denn jetzt alle? Wäre das jetzt Tomb Raider, würde ich sagen, drück mal Q. Was passiert denn dann? Dann siehst du die wichtigsten Ziele für die Mission. Ach so. Und Punkte eben, die dafür wichtig sind, das zu erreichen. Äh. Laufe. Mist, 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 Mist. Den kriege ich doch jetzt nicht, wenn es einmal donnert. Jetzt könnte ich ihn kriegen. Ja. Geil. Oh, puh. Letzter Schuss, oder so? Ja, das Ding ist... Oh, das war sogar der letzte Schuss. Hm. Jetzt muss ich wieder rohe Waffengewalt. Suchen sie dich. Ja, ja, naja, der hat losgeschossen mit meinem G. Das wird doch wahrscheinlich auffallen, oder? Und jetzt hat er aufgehört zu schießen. Ja. Was ist der zweite? Ey! Oh, Mann, kacke. Oh, oh, oh. Alter. Ordentlich. Okay, ja. Nein. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder dem Tode geweiht. Vergiss das mit den Stolpermigen. Geh erstmal in Deckung. Hä? Ich bin ins Feuer gelaufen! Aber es ist genau um. Halb. Also, wir haben 20 Minuten gezockt. Aber ey, das kotzt an. Das ist scheiße, okay. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und hoffen mal, dass wir das denn da irgendwie hinkriegen. Und wir machen mal einen Stundenpart. Ne? Ja, ja. Hörst auf, fails. Hörst auf, fails. Dann müssen wir einfach irgendeine Folge von uns angucken. Ja. Okay, gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.